Die Zeit eilt, liebe Freunde, liebe Hörer, der Mai ist schon halb rum. Wir haben den 15.05. bis zum 1. Advent sind es noch 200 Tage und ich nehme Wetten an, ob der Lockdown dann gleich danach oder schon kurz vorher kommt. Es ist jedenfalls noch Zeit, sich darauf vorzubereiten und das tun wir doch gerne hier im Kontrafunk der Stimme der Vernunft. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und manche von Ihnen wissen sicherlich schon, dass aus diesem Podcast in Bälde ein komplettes Radio mit 24-Stunden-Programm wird. Schauen Sie deshalb bitte immer mal auf unsere Webseite kontrafunk.radio. Das ist die Adresse kontrafunk.radio. Dort können Sie sich für unseren Newsletter eintragen, dann halte ich Sie auf dem Laufenden. Mitarbeiter suchen wir übrigens auch immer noch. Vor allem sind jetzt Tontechniker gefragt, die zum Beispiel diesen Podcast in Heimarbeit bearbeiten. Für Bewerbungen und auch für alle anderen Fragen gibt es eine Mailadresse und die lautet info at kontrafunk.radio. Und jetzt erst mal Prost, denn diese heutige Ausgabe wird ermöglicht von der Obstbrennerei Keppler in der Region Hohenlohe. Das liegt so zwischen Stuttgart und Würzburg. Dort werden in gediegener Handarbeit die allerfeinsten Schnäpse hergestellt. Von Apfel bis Zwetschke brennt Klaus Keppler fast alles, was auf den Streuobstwiesen wächst. Es gibt fast gelagerte Schnäpse sowie mehrere Birnenbrände aus lokalen alten Sorten. Es gibt Destillate von 30 Früchten, darunter Kern- und Steinobst sowie diverse Beeren, aber auch von Walnuss, Arabica-Kaffee und Trester. Schauen Sie sich diese Welt der wirkungsvollen Wässerchen im Internet an unter obstbrand-keppler.de. Keppler schreibt sich mit AE, obstbrand-keppler.de. Und selbstverständlich empfehle ich diesen Genuss nur Hörern über 18 Jahren. Und jetzt begrüße ich zur Sonntagsdiskussion die Fernsehjournalistin Milena Preradovic, den Zeitschriftenherausgeber und Chef eines der wichtigsten deutschen Nachrichtenportale im Internet, Roland Tichy und den Juristen und Hochschullehrer Ulrich Vosgerau. Herzlich willkommen. Herr Tichy, Sie bekommen sicher, so wie ich, eine Menge Post von Leuten, die an den Zuständen verzweifeln, die sagen, ich bin froh, dass es sie gibt, dann fühle ich mich wenigstens nicht so allein, aber ändern wird sich nichts. Man sieht es ja jeden Tag in unserer Gesellschaft. Das Schlimmste ist, wählen nützt nichts. Früher gab es ja so Denkzettel-Momente bei Wahlen, wo Parteien und Politiker für ihr Versagen abgestraft wurden. Aber wie ist es heute? Im größten deutschen Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, wird ja heute gewählt. Naja gut, da hat sich politisch was verändert durch eine Mehrzahl von Parteien, was man einerseits ja begrüßt. Aber da ist was Interessantes passiert. Vorher war es ja so, es gab CDU oder SPD und mithilfe der FDP gab es den Swing von der einen Partei zur anderen. Das war ja schon mal ein bisschen Wechsel. Jetzt gibt es immer eine Koalition, die wird nicht vom Wähler ausgemacht, sondern im Hinterzimmer der Parteien. Und am Ende ist es immer die SPD mit den Grünen oder der FDP oder statt der SPD die CDU mit den anderen. Das heißt, also die Spielräume der Politik haben sich maßlos verengt. Jetzt hat unser Autor Josef Kraus die Schulprogramme der Parteien gelesen, nicht nur in NRW, sondern in den fünf größten Bundesländern, und hat festgestellt, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen SPD und CDU. Es gibt überhaupt keine Unterschiede mehr auch zu den Grünen. Es ist nur noch von Diversität und von Gleichstellung und von Integration und von Inklusion die Rede, aber nicht mehr vom Lernen. Und das bedeutet auch, dass die Länder ihre Bereitschaft, den Föderalismus auszufüllen, aufgegeben haben. Föderalismus wäre ein konstitutives Merkmal Deutschlands. Da kann ich nur sagen, naja, statt 16 verschiedene dummen Schulen reicht es dann eine Bundesdummenschule auch. Denn Überbildung, das ist eines der wenigen großen Felder der Landespolitik, wird nicht mehr gestritten. Sie unterscheiden sich nicht mehr. Alle haben sich so weit angenähert, dass es völlig egal ist, welche von diesen Parteien sie wählen. Sie kriegen denselben grün-roten, gequirlten Schulmatsch. Milena. Ja, also das sind reine Alibi-Wahlen. Ich komme ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, aus dem schönen Gelsenkirchen. Und Schalke steigt wieder auf, ich bin froh. Und da muss ich Herrn Tichy zustimmen, es ist vollkommen wurscht, wer gewinnt. Es ist auch vollkommen wurscht, welche Koalition kommt. Es ist eine komplette Beliebigkeit. Und es sind auch so beliebige Kandidaten. Ich habe letztens in einem Interview mit dem Wüst, mit dem Ministerpräsidenten ohne Wahl gesehen. Und der Mann spricht in Satzbausteinen. Also ich habe fast jeden Satz nach den ersten Worten selbst beenden können. Der hat so ein paar Bausteine und dann wurschtelt er sich da irgendwie die Antworten zurecht. Es ist superöde und es ist null inspirierend. Und genau so ist dieser Mann. Also für mich, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich meine, der Scholz hat ihn ja angeblich Amateur im Ministerpräsidentenkostüm genannt. Und das ist schon übel, wenn dich Zwerge kleinreden. Und die Themen, ja die Themen sind dieselben wie in jedem Wahlkampf. Bildung, Schulen, innere Sicherheit. Ich habe mir das so ein bisschen angeschaut. Der Wüst will mehr Kameras, der Kutschaty mehr Polizei und alle wollen bessere Schulen. Und bei der letzten Regierung hat es nicht geklappt. Da wurde nicht geliefert. Aber die nächste, die tut es bestimmt. Und naja, also wir wissen ja alle, Wahlkampfversprechen sind so valide wie Liebesbezeugungen im Puff. Ulrich Vosgerau, Roland Tichy hat gerade von Föderalismus gesprochen. Und Föderalismus war ja mal irgendwie früher ein anderes Wort für Diversität, also politische Diversität. Heute verstehen wir da was anderes unter Diversität. Deswegen wird mir auch das Wort Diversität in diesem Zusammenhang gar nicht so gefallen. Ich würde im Zusammenhang mit dem Föderalismus von Wettbewerb sprechen. Das war der Sinn der Sache. Wenn also Bundesländer miteinander im Wettbewerb stehen, ob jetzt die Gesamtschule oder ein bayerisches oder schwäbisches Gymnasium insgesamt bessere Ergebnisse bringen, dann ist das durchaus sinnvoll, weil man dann neue Modelle einmal ausprobieren kann. Und dadurch, dass der Föderalismus immer weiter zurückgegangen ist und eine Art Gleichschaltung da ist, wird dem also nicht gedient. Und genau dasselbe Problem haben wir ja in der EU-Ebene. Auch die EU sollte eigentlich so funktionieren, dass wir zwar den Binnenmarkt haben, aber ansonsten die Nationen, die sich zu diesem Binnenmarkt zusammengetan haben, in Wettbewerben hintereinander stehen, sodass also ein Rennen um den Fortschritt, ein Rennen um die bessere Lösung stattfinden kann. Und das wird ja in Europa auch systematisch ausgeschaltet durch die immer weitergehende Harmonisierung, die so ursprünglich nie geplant war. Ja, und der Föderalismus, den können wir jetzt abschaffen, finde ich. Ich war immer ein großer Föderalist, aber wenn sich etwas einfach überlebt, dann muss man auch mal sagen, ab damit, wir sparen uns diesen Wahlzirkus in NRW und das Getue und das Gewese bei ARD und ZDF. Lass es. Tichy, der Antidemokrat. Ui, jetzt gibt es aber Prügel. Man hat ja auch den Eindruck, dass man fast die Demokratie abschaffen kann, weil die haben wir ja auch nicht mehr. Also in den letzten zwei Jahren sind so viele Tabus gefallen und auch, sagen wir mal so, wir haben kaum mehr demokratische Strukturen und wir haben kaum mehr eine funktionierende Justiz. Also insofern können wir sagen, lassen wir es doch gleich sein, oder? Zur Justiz kommen wir gleich, da haben wir ja Ulrich Voskarau dabei, aber vielleicht noch ein Wort zu den Parteien. Wüst haben wir jetzt schon erwähnt, aber es gibt ja eigentlich jetzt nur noch einen Wettbewerb nach unten. Wer ist noch schrecklicher? Welche Partei ist noch unwählbarer? Also SPD, wissen wir, was die alles anzurichten imstande sind. CDU geht auch gar nicht. Und dann gab es immer noch so kleine Splitterparteien, die Piraten beispielsweise. Die geben in Nordrhein-Westfalen eine Presseerklärung nach der anderen heraus, die lautet, wir müssen noch mehr Masken tragen, wir müssen diese Lockerungen verhindern. Die Kinder sind in den Schulen gefährdet. Ich bitte euch, das sind die Piraten. Wahnsinn. Naja, da fällt mir auf, dass Sie immer von Herrn Wüst sprechen. Wahrscheinlich, weil Sie sich gar nicht erinnern können, wer der Kandidat von der SPD ist. Das muss man sich ja mal so vorstellen. Ja, das stimmt übrigens. Ja, Kursati heißt er. Ich meine, NAW umstritten immer schon, aber da kommt Gustav Heinemann her, da kommt Rau her, den ich als Politiker immer für überschätzt gehalten habe. Aber er war eine Persönlichkeit. Das ist eigentlich ein Land, in dem sich ja früher der Bundestrend vermittelt hat. Und einfach, weil es so groß ist in seiner Bedeutsamkeit natürlich und seinem Gewicht und auch, weil es intellektuell provozierend war und auch herausfordernd. Und davon ist natürlich nichts mehr übrig geblieben. Und das ist wahrscheinlich das Problem dieses Landes, die geistige Verzwergung. Und allenfalls erleben wir jetzt einen interessanten Wettlauf. Friedrich Merz hat sich ja buchstäblich an den Hals der grünen Parteivorsitzenden geworfen. Dazu braucht er lange Arme. Also er unterwirft sich jetzt auch dem grünen Ideologiediktat, um vielleicht eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen als Gegenposition zur Ampel aufzubauen. Und das sind eben diese parteipolitischen Spielchen, die alle nur ein Problem haben. Sie gehen keinem einzigen Problem auf den Grund, sondern es geht nur noch um Farbenspiele, um die eigene Macht zu sichern. Das ist in der Demokratie natürlich so, das zeichnet sie auch aus. Aber irgendwo müsste man doch in der Schleppe noch eine Staubproblemlösung dabei haben. Aber darauf verzichten die jetzt gänzlich. Friedrich Merz, das war doch derjenige, der nicht mit Ihnen auf einer Bühne stehen wollte. Das wusste man gar nicht, ob er das wirklich gesagt hat. Er hat so stehen lassen. Das spricht auch für Friedrich Merz, dass er jeder wirklichen Erklärung und jeder Ehrlichkeit aus dem Weg geht. Aber das Schöne war, als ich den Merz und die Ricarda Lang bei Maischberger gesehen habe, also diese Schleimspur. Ich habe über Angst gehabt, dass irgendeiner beim Aufstehen rausrutscht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er, er weiß ja, dass er nicht sonderlich beliebt ist, dass er kaum Sympathiepunkte hat. Und wir wissen auch, dass Scholz in den letzten Wochen, Monaten angeschlagen war, also auch angeschossen wird von allen Seiten. Und ich glaube, Merz hofft so ein bisschen, dass die Ampel zerbricht und er quasi einfach mal den Posten von Scholz übernehmen kann, ohne Wahl. Also das war so der Gedanke, der mich überkommen hat. Ja klar, das ist der Hintergedanke und den hofft er jetzt am Sonntag umsetzen zu können. Aber was soll man jetzt den Leuten sagen? Wählt nicht grün, wählt nicht schwarz. Also es ist ja bezeichnet, dass auch Herr Wüst, der Spitzenkandidat der CDU, im Fernsehduell von der Transformation gesprochen hat, wenn auch nicht von der großen Transformation. Und dass also die CDU jetzt eifrig zu der Transformation beitragen werde. Das sagt eigentlich schon alles. Mir scheint das Problem zu sein, erstens, dass die Eliten, die wir heute haben, den Gedanken der Demokratie und mithin auch den Gedanken des Rechtsstaates eigentlich gar nicht mehr verstehen, weil sie ergrünt sind und deswegen eben meinen, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt auch nur eine Moral. Und niemand hat das Recht, diese Wahrheit zu leugnen, beziehungsweise die Moral anzugreifen. Und zweitens, dass insbesondere die jungen Akademiker, die früher, das heißt spätestens seit den Freiheitskriegen, eigentlich auch schon seit der Sturm- und Drangzeit, die natürliche Opposition gewesen sind. Natürlich sind nicht alle jungen Akademiker oppositionell gewesen, aber es war immer so die Reserve einer natürlichen Opposition, dass das heute wegzufallen scheint. Die heutigen jungen Akademiker sind offenbar in Schulen völlig einseitig nur noch von grünen Lehrern unterrichtet worden und sind genau auf diesem Trip. Es gibt nur diese eine Wahrheit, beziehungsweise den Klimawandel zum Beispiel, den kann man nicht anzweifeln. Und deswegen wird das Recht beispielsweise auf eine andere Meinung gar nicht mehr verstanden. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist bezeichneterweise nicht mehr von Andersdenkenden die Rede, es gibt nur noch Leugner, egal ob es um Corona geht, um Klimawandel oder auch um andere Dinge, wie jetzt Rechtsradikalismus und das Gleiche, es gibt nur noch Leugner. Zum Klimawandel haben wir gleich noch etwas, aber noch eine Frage, weil wir bei den Parteien jetzt nicht einfach drüber hinweggehen sollten, dass es immerhin auch eine Oppositionspartei namens AfD gibt, die doch in einigen Punkten ein ganz vernünftiges Programm und ganz vernünftige Meinungsäußerungen abgegeben hat. Und wie sehen Sie das denn, Herr Tichy, ist die AfD wählbar? Ist sie in Nordrhein-Westfalen eine Option oder wie schätzen Sie das ein? Ich mache das ganz klar, solange sie nicht verboten ist, ist sie wählbar. Ich meine, wir müssen endlich mal aufhören, immer so zu tun, als könnte man und dürfte man bestimmte Parteien aus dem Spektrum ausgrenzen. Ich grenze ja auch nicht die Linke aus, die nun wirklich eine undemokratische Tradition hat und in der Tradition der Zwangslager und der Verfolgung von Minderheiten steht. Solange sie nicht verboten ist, ist auch die Linke wählbar. Solange sie nicht verboten ist, ist die AfD wählbar. Mehr braucht man doch gar nicht dazu sagen. Ob sie jemandem gefällt, muss er für sich selbst und seinen politischen Kompass dann ausmendeln und muss sie halt vergleichen mit den anderen Parteien. Aber natürlich ist sie wählbar. Na gut, dann frage ich anders. Gefällt sie Ihnen denn oder was gefällt Ihnen daran und was gefällt Ihnen daran eventuell nicht? Naja, da gibt es vieles, was mir nicht gefällt. Sie ist nach wie vor ein gäriger Haufen. Sie weiß nicht, wohin sie will. Wir haben ja eine Spaltung zwischen Ost und West. Zunehmend Radikalisierung schon, auch im Osten mit einem großen Erfolg, weil sie natürlich auch den Resonanzboden da trifft. In Nordrhein-Westfalen habe ich sie nicht so richtig im Blick. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass solche Veränderungen, wie wir sie bräuchten, auch nicht mehr von den Parteien ausgehen können. Sie haben sich irgendwo aufgelöst. Wenn man in die USA schaut, sieht man, dass es Veränderungen gibt, die gehen aus von der Zivilgesellschaft. Ich nenne mal zwei Punkte. In den USA wird über Abtreibung wieder offen debattiert und gestritten. Und es gibt zwei unterschiedliche Wege, solche, die die Abtreibung erschweren wollen und andere, die die Abtreibung gewissermaßen bis zum Tag der Geburt, also wird das Kind unmittelbar nach der Geburt dann getötet, Demokraten. Das sind zwei extreme Wege, aber dort wird debattiert. In Deutschland debattiert man nur, ob Reklame für Abtreibung gemacht werden darf. Und es wird natürlich in Zukunft mit einer überwältigenden Mehrheit Abtreibungsreklame erlaubt sein. Und das zweite Thema ist das, was wir alle ja als Vokismus kennen. Weil eine hübsche Geschichte, mein Netflix, beginnt jetzt, sich von der transsexuellen Mode zu lösen und beginnt wieder Serien und Filme ins Programm zu nehmen, die dann mit einer gewissen Verspätung auch in Deutschland anlanden, die, sagen wir mal, den Vorstellungen der Normalbürger eher entspricht. Nämlich, dass es sowas gibt wie einen Mann und eine Frau und unterscheiden sich. In Deutschland ist das natürlich ein Riesenproblem. Wir kriegen ja jetzt das transsexuellen Gesetz. Wir haben einen transsexuellen Beauftragten, einen queer Beauftragten, der sagt, Männer und Frauen kann man gar nicht unterscheiden. Kein Arzt, kein Jurist, gar nichts. Also Mann und Frau sind sich völlig in allen biologischen Dingen einig. Das macht keinen Unterschied. Es gibt nur sowas wie eine soziale Konvention und die kann jederzeit geändert werden. Heute bist du Frau und morgen bist du Mann, wenn du es selbst erklärst. Also während wir hier in Deutschland zielgerade in solche seltsamen Debatten wie in einer breiten Einheitsfront marschieren, beneide ich die Amerikaner um ihre Debattenkultur, die auch Veränderungen erzeugt und vielleicht sogar die Veränderungen wieder über den großen Teich zu uns herbringt. Da müssen wir einfach abwarten. Ulrich Fosgerau. Ja, jetzt auch zur AfD. Selbstverständlich kann man die wählen. Das ist ja ein zentrales verfassungsrechtliches Problem, wobei man natürlich für den Hörer dazu sagen muss, dass ich hier sozusagen parteiisch bin, weil ich als Rechtsanwalt vor dem Bundesverfassungsgericht die AfD vertrete in einem Verfahren, das gerichtet ist darauf, dass Zahlungen an die Desiderius Erasmus Stiftung auch endlich aufgenommen werden. Und da plädiere ich eben auch vor dem Bundesverfassungsgericht dahingehend, dass es eben ein zentrales Problem ist. Eigentlich ist das Verbot einer Partei oder auch der Ausschluss einer Partei von der staatlichen Finanzierung beim Bundesverfassungsgericht monopolisiert und bedarf eines besonderen aufwendigen Verfahrens. Und wir sehen also im Hinblick auf die AfD wie auch eben auf die Desiderius Erasmus Stiftung, dass die übrigen konkurrierenden Parteien in Parlamenten versuchen, eine völlig legale Partei sozusagen als verboten oder jedenfalls als illegitim oder als quasi nur halblegal zu behandeln. Und das geht eindeutig nicht. Meines Erachtens war hier ein ganz wichtiger Punkt die Sache mit den Ausschussvorsitzenden im Bundestag, die eben jetzt in der 20. Legislatur der AfD nicht mehr gewährleistet werden, weil man auf einmal völlig überraschend sagt, die Vorsitzenden, die die AfD nominieren will, die müssen dann vom Ausschuss gewählt werden und sie werden natürlich nicht gewählt, während man bei der Sache mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, den die AfD während der ganzen 19. Legislatur nicht bekommen hat, immerhin noch argumentieren konnte, dass der Wortlaut der Geschäftsordnung und der Wortlaut des Grundgesetzes voneinander abweichen. Die Geschäftsordnung sagt, jede Fraktion kriegt mindestens einen Vizepräsidenten, also nicht sollte nach Möglichkeit einen kriegen, sondern kriegt einen. Das Grundgesetz sagt aber, er muss immerhin gewählt werden, er muss Repräsentant des ganzen Bundestages sein. Also da haben wir noch immerhin eine gewissermaßen offene Rechtsfrage, die man so oder so entscheiden konnte. Bei den Ausschussvorsitzen und bei dem Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Ausschussvorsitzen, die dann eben in der Reihenfolge der Fraktionsstärke eben gewählt, Zugriff genommen werden kann, da handelt es sich ja um eine direkte Abbildung des Zweitstimmenergebnisses. Und wenn jetzt die anderen Parteien im Deutschen Bundestag sagen, nein, wenn die AfD Zugriff auf einen Ausschuss nehmen will und einen Ausschussvorsitzenden nominiert, eben im herkömmlichen, seit 70 Jahren immer angewendeten Verfahren, dann stoppen wir das, dann sagen wir, halt, der Ausschussvorsitzende ist aber nicht vom Ausschuss gewählt worden. Und das bedeutet, dass die Bundestagsmehrheit das Zweitstimmenergebnis der letzten Bundestagswahl sozusagen nachkorrigiert. Und das ist fundamental undemokratisch. Wie ist das eigentlich zeitlich mit diesem Verfahren vor dem Verfassungsgericht in Sachen Stiftungsfinanzierung? Kann man da schon was erwarten in absehbarer Zeit? Da müsste man eigentlich in der allernächsten Zeit etwas erwarten, denn ich habe dort Ende Februar den zweiten Antrag im einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Wir hatten schon bei Beginn des Verfahrens im April 2019 den Hauptantrag gleich mit einem Antrag im einstweiligen Rechtsschutz verbunden. Der ist damals aus formellen Gründen abgewiesen worden, insbesondere mit der Begründung, dass man im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, das accessorisch zu einem Organscheidverfahren beantragt wird, nicht mehr und nichts anderes beantragen könne, als auch der Hauptsache beantragt wird. Und da das Organstreifverfahren in der Hauptsache immer nur zu einer Feststellung führt, könne man dann folglich im einstweiligen Rechtsschutz nicht Geldzahlungen beantragen. Dieser damals vom Bundesverfassungsgericht aufgestellte Rechtssatz findet aber im Bundesverfassungsgerichtsgesetz keine Stütze, im Grundgesetz schon gar nicht. Auch bei allen anderen Gerichten wird ja anders vorgegangen und ist daher auch in der Kommentarliteratur, die seither neu aufgelegt worden ist, auf einhellige, deutliche Kritik gestoßen. Also versuche ich es einfach nochmal und sage, die Situation ist jetzt so weit gediehen, dass sich zeigt, etwa am Problem der Ausschussvorsitze, dass die konkurrierenden Parteien und Fraktionen im Deutschen Bundestag gar nicht gewillt sind, sich nach Recht und Verfassung zu verhalten, sondern entschlossen sind, die AfD nach Art einer verbotenen, nach Art einer illegitimen oder halblegalen Partei zu behandeln. Und dazu haben sie keinerlei Recht. Da müssen sie ein Verbot beim Bundesverfassungsgericht beantragen. Ja, aber das Bundesverfassungsgericht ist gewillt. Ja, da sind Sie sich ganz sicher, Herr Voskerau. Das, nein, da bin ich mir nicht sicher. Das müssen wir abwarten. Also das zweite, einstweilige Rechtsschutzverfahren, das müsste eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen jetzt zu einer Entscheidung gelangen. Da bin ich gespannt. Ich finde aber, dass diese Diskussion was ganz Interessantes zeigt, nämlich wie in Deutschland in den letzten Jahren Institutionen zerstört wurden. Institutionen leben ja nicht nur nach ihren Regeln, sondern nach der unausgesprochenen Kultur. Wie geht man da miteinander um? Und natürlich, glaube ich, noch vor einigen Jahren hätte man sich im Bundestag gar nicht die Frage gestellt, ob man einer neu dazukommenden Partei einen Ausschutzvorsitz streitig machte. Hätte man je nach politischer Lage vielleicht mit den Zähnen geknirscht, hat man auch, als beispielsweise die Linken da daherkamen oder auch als die Grünen daherkamen, da haben natürlich die alten Parteien neue Konkurrenten. Sieht man ja nicht gerne. Die machen ja irgendwie, nehmen ja Kuchenstücke weg und so und für sich in Anspruch. Also dass man das menschlich vielleicht sogar, aber der Anstand eines Parlamentariers kam gar nicht auf die Idee. Und so werden Institutionen ja zerstört, weil die Träger der Institutionen, die Menschen es zerstören wollen. Und wir haben ja eine zweite Institution, die gerade zerstört wurde, das Bundesverfassungsgericht. Es ist ja klar, irgendjemand muss ja Verfassungsrichter benennen, die fallen nicht vom Himmel. Es waren immer Parteien, aber es gab immer die Regel, dass ein Verfassungsrichter ein Hochschulprofessor sein muss aus dem Verfassungsrecht. Und das hat eine gewisse Begrenzung schon mit sich gebracht, weil er als Professor war er unabhängig, war sachkundig. Und jetzt hat man mit Herrn Harbert einen Schleppenträger von Angela Merkel dahingesetzt, einen sehr erfolgreichen, was ich ihm gönne, Wirtschaftsanwalt, der aber vom Verfassungsrecht natürlich keine Ahnung hat und sich genauso verhält, wie man ihn erwartet, nämlich als Schleppenträger. Auch diese Institution ist zerstört worden. Und wir regen uns auf, dass es in Ungarn und Polen ganz ähnlich ist und streichen denen Gelder und machen es selber so. Und so verfallen in diesem Land, weil das demokratische Bewusstsein verloren geht, Institutionen und sind nur noch Schatten ihres Selbst, denn sie leben nicht auf dem Papier, sondern durch das Leben des Menschen, den sie hineintragen. Und wenn die Menschen, die sie hineintragen sollen, zerstören, dann wird es eben zerstört. Dann bleibt eine Fassade, eine ausgesaugte Mumie, so wie ein Toterkämpfer. Führt zu meiner These, dass die Eliten die Demokratie gar nicht mehr verstehen. Milena. Sie haben gerade gesagt, Herr Tichy, wir regen uns auf. Ja, wir regen uns auf, aber sonst regt sich halt niemand auf. Und das ist natürlich auch einmal ein Versagen der Medien, weil all diese strittigen Punkte von den sogenannten Altmedien, wie ich sie nenne, den Leitmedien, nicht mehr aufgenommen werden. Also wo sollten diese Debatten im Grunde stattfinden? Auch diese Medien sind wie die Politik komplett gleichgeschaltet. Also eine FAZ, die früher konservativ war, ist jetzt auf der absolut Woken-Linie. Und das ist auch das Problem. Sie haben gesagt, früher war es eigentlich besser, früher war es anders, weil Institutionen geachtet wurden. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass früher war das Gesetz im Grunde das Wichtige, nachdem man sich gehalten hat. Heute ist es dieser überbordende Hypermoralismus. Das heißt, dieser Hypermoralismus, der bestimmt, was richtig ist und was falsch ist, das sieht man ja in allen Themen, der bestimmt im Grunde auch die Institutionen inzwischen. Und das ist ein absoluter Abbau von Komplettdemokratie. Also ich bin entsetzt und in den letzten zwei Jahren ist es halt durch Corona halt wie unter einem Brennglas noch viel auffälliger geworden. Und natürlich hat das schon vorher angefangen. Und wir haben ja von diesen allen Themen, von denen Milena gerade gesprochen hat, noch einige vor uns. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weiter. Das Wort Klimaschutz ist schon zweimal gefallen. Und die Lufthansa hat ihre Hauptversammlung abgehalten, gerade in dieser Woche. Natürlich wieder virtuell und auch das ist schon ein Zeichen. Da hat der Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa, also gesagt, nach zwei Jahren Pandemie lassen wir die Krise heute mental hinter uns und blicken gestärkt in die Zukunft. Über die Pandemie gibt es jetzt gleich was zu sagen. Aber ganz toll ist, die Lufthansa möchte bis 2050, Achtung festhalten, bitte anschnallen, gänzlich klimaneutral fliegen. Ja, das will sie halt mit diesen neuen Biofuels. Also da kommt dann wieder Essen in den Tank und dann verhungern die Leute dafür, dass die Lufthansa klimaneutral fliegt. Das muss man sich ja so vorstellen. Das ist ein verzweifelter Versuch, der Lufthansa, der grünen Agenda vorauszueilen, weil ich glaube schon, dass bei den Grünen auf dem Programm steht, dass Fliegen generell nicht mehr so on top sein soll. Also ich glaube nicht, dass in zehn Jahren der normale Bürger einfach mal so in den Urlaub fliegen kann, soll. Vielleicht kann er sich es dann auch nicht mehr leisten. Also auf der grünen B-Liste steht ja Fliegen ganz oben. Dann muss man natürlich sehen, durch die Energieverknappung, durch die künstlich herbeigeführte, wird ja auch der Treibstoff immer teurer. Die nächste Pandemie kommt sicher auch noch. Wir kommen ja vielleicht noch auf die WHO-Verträge zu sprechen. Also ich glaube, die Zukunft der Fliegerei steht wirklich in den Sternen, also dieser normalen Für-uns-Fliegerei. Und ich kann schon verstehen, dass die Lufthansa da schnell einen auf Grün machen will. Also für uns Fliegerei ist ein hübsches Wort, denn einer hat, glaube ich, keine Probleme in Urlaub zu fahren, auch Geld sparend zu fliegen, meine ich, nämlich der Sohn unserer Verteidigungsministerin. Was war da los? Der ist im Hubschrauber geflogen? Naja, also der Fall ist deswegen so bezeichnend, weil er einzahlt, was wir vorhin gesprochen haben, auf das Zerstören von Institutionen. Also natürlich brauchen Politiker eine Transportmöglichkeit. Dafür gibt es diese Luftwaffenmaschinen, die dafür zur Verfügung stehen, die die Politiker transportieren. Und da die meistens zu groß sind für einen einzelnen Menschen, kann man sich die Frage stellen, dürfen die da jemanden mitnehmen? Und wenn er mitgenommen wird, zahlt er und dann zahlt er ungefähr, was die Lufthansa auch kassieren würde. Nee, aber nur ein Bruchteil, wie ich jetzt erfahren habe. 30 Prozent? Nein, 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 das wäre schon so. Aber das gilt für Mitflieger. Und jetzt hat man diese Regelung so lange gedreht und gewendet, bis zwei Dinge herausgekommen sind. Erstens, jeder Politiker bestimmt selbst, wo er hingeflogen wird. Das ist schon länger so. Wir erinnern uns an die frühere Ministerin Rita Süßmuth. Die hatte eine Tochter, die in der Schweiz studierte. Und plötzlich gab es für die Ministerin Rita Süßmuth von allen 180 Ländern in der Welt nur noch eines, wo sie hingeflogen ist, und zwar über ein Dutzend Mal, und das war die Schweiz. Also ich meine, die Schweiz wusste wahrscheinlich gar nicht mehr, wie sie mit so viel Rita Süßmuth umgehen muss. Und nach derselben Methode hat Frau Lamprecht beschlossen, da gibt es Antennen in der Nähe eines gewünschten Urlaubsorts der Bundeswehr, die muss ich unbedingt mir anschauen. Und wie gesagt, reiner Zufall, dass ihr Urlaubspension da ein paar Kilometer nebenbei war. Und schon war der Flug gerechtfertigt, das muss man wissen, Frau Lamprecht hat noch kaum eine Bundeswehreinheit besichtigt, sie hat kaum Reisen unternommen, sie hat nicht ihre ausländischen Partner, Verteidigungsminister zum Beispiel, besucht, wie es sinnvollerweise, sie will halt London und so, mag sie nicht so, und Paris kennt sie schon, und was soll sie da hinfliegen? Nein, es muss Sylt sein, am Tag vor dem Urlaubsbeginn, ein Feld von Antennen, die so langweilig sind, wie ein Spargelacker. Und dann fliegt ihr Sohn da hin und dann beginnt der ganze Zirkus ein zweites Mal. Ich bin auch bei Politikern mitgeflogen, wenn es auf derselben Flugroute war, also wenn man nach Washington zu einer Konferenz musste und dann hat man halt bezahlt, sonst wäre der Sitz der Lufthansa oder der Bundeswehr da leer geflogen. Ist okay. Aber diesmal fliegt der Sohn alleine und dann macht es natürlich auch mit der Kalkulation einen Unterschied. Einen Hubschrauber da nach Sylt zu fliegen, kostet vermutlich so in der Größenordnung 10.000 Euro. Und der Sohn im Mann zahlt aber nur 261, denn diese 261 Euro wären rentabel, wenn die Lufthansa einen Airbus da hinschickt mit 300 Sitzplätzen. Also da merkt man wieder, das was ich gesagt habe, es gibt Regeln, sie werden kunstvoll zurechtgebogen und dann so ausgenutzt, dass der Steuerzahler der Dumme ist. Und wer hat es gemerkt? Wie ist es rausgekommen? Der Sohn hat es doch auf Instagram gepostet. Der Sohn hat es auf Instagram gepostet. Ich meine, er ist wie seine Mutter von überbordender Klugheit und Raffinesse. Schön gesagt. Ja, aber das zeigt doch irgendwie so ganz deutlich diese kleinen Tricksereien, diese kleinen Schummeleien oder so, dass die Politiker gar nicht mehr verstehen, warum sie diese Privilegien haben. Also ein Politiker darf nicht mit dem Hubschrauber fliegen, weil er so toll ist, sondern damit er schnell von A nach B kommt und dann gut arbeiten kann. Und dass er am nächsten Tag gleich woanders wieder gut arbeiten kann. Das ist ja eigentlich der Grund. Sonst gibt es ja keinen. Aber ich glaube, das hat sich in den Politikerköpfen völlig verselbstständigt. Die glauben, das gehört zum Job. Und ich befürchte, dass viele auch deswegen in diese Jobs gehen möchten inzwischen. So, jetzt waren wir bei der Fliegerei und dieses auf dem Umweg der Pandemie, weil der Lufthansa-Chef ja gesagt hat, die Pandemie ist vorbei und er möchte sie mental hinter sich lassen, hat der eigentlich nicht mitgekriegt, was unser Gesundheitsminister sagt. Nämlich, wer den Menschen vorgaukelt, Corona sei Geschichte, wird das im Herbst bitter bereuen. Karl Lauterbach hat ja auch ein persönliches Interesse. Ich glaube, das wird jetzt überdeutlich. Der Karl Lauterbach sollte ursprünglich nicht Gesundheitsminister werden. Der war in der letzten Legislatur noch nicht mal im Gesundheitsausschuss für seine Fraktion. Der Scholz wollte ihn auch nicht. Er ist dann an der Spitze einer Internetbewegung ja angeblich ins Amt gespült worden. Und ich habe das deutliche Gefühl, dass die SPD in zwei Jahren oder so feststellen wird, dass Karl Lauterbach überhaupt keine Frau ist. Dann wird man überrascht sein, wird sagen, wir wollten doch eigentlich mehr Frauen haben. Und der will wirklich die Corona-Welle wiederhaben. Das ist das Einzige, was ihn retten kann. Sonst ist er Weihnachten nicht mehr Minister. Ja, ganz sicher. Ich glaube, das Einzige Spannende an der Wahl, jetzt komme ich da zum Anfang zurück, ist, verliert die SPD oder gewinnt sie. Verliert die SPD, dann wird man sich die Frage stellen, geht es eigentlich mit diesen Luschen im Bundeskabinett zu? Denn die Minister der SPD sind ja wirklich ein Problem. Zwar hatten wir schon Lauterbach. Lambrecht, die zwei großen L's. Und über die Vertreterin der Antifa im Bundeskabinett, Frau Faeser, könnten wir vielleicht noch reden. Also die SPD hat schon wirklich ein unglaubliches Händchen dafür. Für absolut untaugliche Männer und Frauen in Jobs zu bringen. Da gibt es noch ein paar mehr von der Luschen-Sorte. Also ich glaube, wenn die Wahl schlecht ausgeht, dann wird der Herr Bundeskanzler Olaf Scholz sich doch überlegen, wo er ein paar Leute findet, die in seinem Kabinett vielleicht auch noch mal ein bisschen für Sachkunde stehen. Aber wenn wir noch mal auf die Pandemie zurückkommen, da tun sich ja im Hintergrund sehr interessante Dinge. Genau. Der neue globale WHO-Vertrag zum Beispiel zur besseren Bekämpfung von Pandemien und anderen Notlagen. Da haben jetzt die USA einen Änderungsantrag eingebracht und über den soll diesen Monat sogar noch abgestimmt werden. Und jetzt kommt's. Diese vorgeschlagenen Änderungen ermächtigen den Generaldirektor der WHO, Gesundheitsnotlagen in jedem Land auszurufen. Und zwar einseitig und gegen den Widerstand des betroffenen Landes. Das muss man sich mal reinziehen. Und die Grundlage ist seine persönliche Einschätzung, dass von dem betreffenden Land eine potenzielle Bedrohung für andere Länder ausgeht. Und das Einzige, was er tun muss, er muss dazu ein Expertengremium konsultieren. Und dieses Expertengremium gehört der WHO. Also ich meine, es ist schon absurd, wenn die WHO eine Notlage ausruft. Und das kann sie jederzeit. 2009 sind ja auch schon die Definitionen von Pandemie geändert worden. Es muss kein schlimmer Virus sein. Es kann irgendein Virus sein. Also die WHO kann eine Notlage jederzeit ausrufen, zusammen mit den Politikern der Welt und der Presse. Und dann bestimmt die WHO, was bei uns passiert. Ob wir das wollen oder nicht. Und das können sie auch in anderen Ländern. Unsere Regierung hat dann nichts mehr zu sagen. Auch nicht, ob geimpft wird, nicht, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Und da muss man sich mal fragen, ist das im Sinne von uns Bürgern? Nein, die WHO wähle ich ja nicht. Niemand wählt die WHO. Das heißt, wenn das durchkommt, ist die Demokratie global ausgehebelt. Und darüber wird auch gar nicht debattiert und gar nicht gesprochen. Ja, was uns nicht sehr wundert, weil man muss ja auch wissen, wer finanziert die WHO? Ich glaube, ein gewisser Herr Gates ist der größte Privatsponsor der WHO. Und alles, was er an Geld in die WHO gibt, ist übrigens zweckgebunden. Also jeder, der nicht ein Land ist, sondern ein Sponsor, der nicht das nur zahlt, was ein Land zahlen muss, der kann selber bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und ja, dann können wir uns möglicherweise vorstellen, was auf uns zukommt. Und zufällig fließt auch eine Menge Geld von Gates und von anderen Institutionen, die er kontrolliert, an die Medien selbst, sodass sich der Kreis dann da eben wieder kurz schließt. Ich wollte ja gerade sagen, seid mal vorsichtig, den Lauterbach jetzt hier so als Lame Duck zum Abschuss freizugeben. Es könnte ja auch noch ganz anders kommen. Es könnte ja auch wieder klappen, was schon zweimal geklappt hat. Nämlich, dass man einfach hochfährt, wieder im Herbst, wieder Alarm ruft, jetzt mit und ohne WHO im Rücken. In Nordkorea beispielsweise passieren ja tolle Dinge. Also ich lese hier, da droht der Corona-Kollaps. Vor zwei, drei Tagen gab es einen Infizierten und ich glaube zum Wochenende jetzt sind es eine halbe Million. Ja, eine völlig absurde Geschichte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Nordkorea und Kim Jong-un ja vorher quasi Corona völlig ignoriert haben. Die wollten ja auch nie Impfstoffe haben, die ihnen ja von allen Seiten angeboten wurden. Und ich tippe mal, also ich meine, Nordkorea ist immer schwer zu beurteilen. Da guckt man ja nicht so hinter die Kulissen. Aber ich tippe mal auf einen Deal, ob erzwungen oder nicht. Nordkorea ist ja jetzt schon lange oder immer schon ein Land von Chinas Gnaden und hat jetzt auch gesagt, die wollen unbedingt den chinesischen Kurs imitieren, also massive Lockdowns ohne Rücksicht auf Menschen- und Kollateralschäden. Und ich glaube, Nordkorea soll einfach eingenordet werden in die globale Corona-Erzählung. Sonst macht das jetzt für mich gar keinen Sinn. Und ob jetzt Kim Jong-un bestochen wurde oder gezwungen wurde, das lässt sich, glaube ich, von hier aus nur schwer beurteilen. Wenn ich die letzten zweieinhalb Jahre der Corona-Krise, dieser eigenartigen Corona-Krise rekapituliere, dann denke ich immer, ich fühle mich allen Ernstes erinnert, an die Seeschlacht bei Tsushima. Das ist ein Tsushima-Moment. Die Seeschlacht bei Tsushima fand statt 1913 im Russisch-Japanischen Krieg und in der Straße von Korea und führte eben zu einem Riesensieg der Japaner und zu einer ungeheuren Niederlage der Russen. Und das war ein Schock in ganz Europa. Man hatte bisher nicht für denkbar gehalten, dass ein asiatisches Volk und dann auch noch in einem hochtechnisierten Fach wie der Seekrieg-Führung europäische Völker besiegen kann. Das konnten die Japaner aber. Und die Parallele, die ich da sehe, in der ganzen Vergangenheit wären wir eigentlich nicht auf die Idee gekommen, chinesische Lösungsmethoden für westliche Staaten irgendwie zu adaptieren. Wir hatten immer gesagt, wir sind die freie Welt und China ist ein hochtotalitäres Entwicklungsland und selbstverständlich orientieren wir uns nicht daran. In der Corona-Krise haben wir zum ersten Mal beobachtet, dass eben die Eliten der früher sogenannten freien Welt offenbar gesagt haben, wir brauchen auch die Machtfülle der chinesischen Führung, weil wir anders die Probleme ja gar nicht mehr lösen können, weil wir sie anders nicht in den Griff kriegen. Und in diesem Geiste ist natürlich auch die Reform der WHO-Satzung zu verstehen. Man will eine chinesische Machtfülle, man orientiert sich inzwischen an Ländern, die man doch eigentlich als totalitär angesehen hat. Das ist ein beträchtlicher Wandel. Die China-Freunde haben ja von Anfang an schon unsere Corona-Politik mitbestimmt. In den allerersten Wochen der sogenannten Pandemie gab es ja im Bundesinnenministerium einen Stab. Die haben da so Papiere erarbeitet, wie wir die Bevölkerung am besten schrecken können. Und da stand gerade in der Welt ein wirklich stupender Artikel. Da ist einer aufgeflogen, ne? Da ist einer aufgeflogen. Ja, Moment, also für die sogenannten Verschwörer ist die Geschichte schon sehr, sehr alt, möchte ich doch mal dazu sagen. Ja, wie wir immer sagen, Verschwörungstheorien sind die Nachrichten von morgen. Genau. Ja, aber jetzt muss man doch mal auch schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ich glaube, diese WHO-Geschichte hat nichts mit China zu tun, sondern die WHO-Geschichte ist der Versuch westlicher Länder so eine Art globale Regierung zu etablieren. Und kann mir nicht vorstellen oder hoffe, dass das nicht funktioniert. Die Chinesen werden sich übrigens überhaupt nicht drum scheren. Ja, also ich glaube, dass diese globalen Lösungen sowieso von gestern sieht, weil man ja sieht, dass durch den Krieg jetzt in der Ukraine mit Russland, das sich ja ganz eigen verhält und auch andere Länder, dass diese sogenannte globale Lösung, die globale Regierung nicht funktioniert. Das ist irgendwie so ein Teil von ein paar so amerikanischen und westeuropäischen Ländern. Aber glauben Sie, dass sich Indien dran hält, dass sich China dran hält, dass sich Russland dran hält, was so ein WHO-Kasperl sagt? Das glaube ich ja nicht. Der andere Weg ist, glaube ich, dass man doch sehen kann, dass China ja mit seiner Politik gerade scheitert. China scheitert doch deswegen, weil es diesen Irrsins-Lockdown durchzieht, auch durchziehen kann, weil die Macht da ist. Da ist eben die Macht auf der Seite des Staates und China geht vor die Hunde im Augenblick, weil es natürlich die Nebenwirkungen eines totalen Wirtschaftskollaps auch mit sich bringt. Ich bin übrigens sehr, sehr froh über diesen Kurs der chinesischen Regierung, denn er rettet Taiwan. Wir haben ja alle Angst gehabt, die Russen uns ja mit der Ukraine so beschäftigen. Gewissermaßen still und heimlich schnappt sich da China Taiwan. Davon ist im Augenblick keine Rede, einfach weil China nicht kann. Das heißt, wir erleben eigentlich gerade den Kollaps von zwei autoritär regierten Regimes, in denen irgendwer eine einsame, geblendete Regierung von ihrer eigenen Großmacht und Herrlichkeit und allwissenheit überzeugte Regierung Fehler macht. Und einer davon ist China mit dieser Corona-Politik. Den Schaden haben in erster Linie die Chinesen. Und ich würde gerne auf die Parallelen aufmerksam machen. Also ich stimme Herrn Tichy ja zu, dass die globalen Lösungen ohnehin nicht funktionieren werden. Das gilt aber eben auch in anderen Bereichen, die wir bereits berührt haben auf der ganzen Linie. Beispiel, die CO2-Ausschussrechte, die werden ja global gehandelt. Das heißt, jedes Gramm CO2, was die Lufthansa dann nicht mehr ausstoßen will, das können dann eben die Inder und die Chinesen ausstoßen. Und jeder Liter Öl, den wir nicht mehr von Russland kaufen, den können die Chinesen und die Inder kaufen, die eventuell sogar zu uns re-exportieren, denn auf dem Öl ist ja kein Stempel Made in Russia drauf. Das heißt, es ist immer ein globales System, in dem die einzelnen Akteure dann Auswege finden werden. Milena Preradovic. Also ich bin nicht ganz so optimistisch wie Sie beide, muss ich sagen, weil sich halt im Hintergrund da schon sehr viel tut. Also es ist natürlich offen, ob diese globale Regierung funktionieren wird. Dieser Änderung des WHO-Vertrags haben 47 Länder inzwischen zugestimmt, darunter auch die EU-Länder. Also die EU geht eindeutig in diese nichtdemokratische, totalitäre Ecke. Und selbst wenn Sie sagen, Herr Tichy, dass die großen Diktaturen wie China und Russland gerade ein großes Problem haben, habe ich den Eindruck, wir stoßen in diese Lücke hinein. Und zwar der sogenannte Westen. Und das ganz wissentlich. Klaus Schwab vom WEF hat jetzt mit der UNO einen Vertrag gemacht, um einfach die Agenda 2030 weiter voranzutreiben, also Klimaschutz und so weiter. Und es tun sich dort einige Geschichten und im Hintergrund auch die UNO und der World Economic Forum, die mit Bill Gates und mit anderen privaten Institutionen zusammenarbeiten. Also ich bin nicht so sicher, dass dort nicht doch eine Art von globalem Regime aufgebaut wird. Also Regierung würde ich das nicht nennen. Das kann auch nur klappen, wenn es autoritär funktioniert. Naja, an ein globales Regime glaube ich nicht. Im Gegenteil, wir erleben ja das Zusammenbrechen. Ich meine, die Klimapolitik ist ja so ein Punkt. Es gibt ja keinen deutschen Himmel, also unser Anteil am CO2. Aber Russland schert sich im Augenblick nicht drum. Wir verbrennen in Ukraine wahrscheinlich am Tag so viel Klima, wie wir in 20 Jahren oder so retten können. Und China kümmert sich auch nicht drum und Indien kümmert sich auch nicht drum. Also dieser ganze Globalismus, der zerbirst doch gerade. Und das Wesen ist doch gerade, dass wir feststellen, da kannst du Verträge haben mit den Brüdern und sie halten sich nicht dran, sondern machen halt ihre Machtpolitik. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Welt im Augenblick zerfällt. Ob ich mir das wünschen soll, weiß ich noch nicht so richtig. Also das Ende der Globalisierung hat ja auch negative Konsequenzen, aber da bilden sich jetzt wieder mehrere unterschiedliche Machtblöcke heraus. Also an die globale Lösung glaube ich nicht. Wichtig ist, da mögen Sie ja recht haben, dass die westlichen Länder sich auf diesen Käse da jetzt einlassen, aber sie werden davon auch wieder runterkommen, wenn dann einzelne Länder nicht mitmachen und eben besser davon kommen. Weil die ganze Corona-Politik leidet ja auch darunter, dass sie solche Nebenwirkungen hat, dass der, der sie nicht macht, am besten davon wegkommt. Und das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil. Ja, was aber nicht dazu geführt hat, während dieser Corona-Zeit, dass die Länder so drauf geschaut haben, kommen die anderen besser weg, okay, dann lassen wir es. Sondern im Gegenteil, man sieht es ja gerade in Deutschland, die bleiben erst recht dabei. Aber ich stimme Ihnen zu, Herr Tichy, der ganze Globalismus hat einen Aspekt von Größenwahn oder auch Hybris. Und in dem Zusammenhang finde ich allerdings eine Formulierung bemerkenswert, die mir auch etwas größenwahnsinnig zu sein scheint, nämlich, die stammt aus dem Munde, unsere Außenministerin, für immer. Wir wollen für immer auf russische Energie verzichten. Wollen Sie mich jetzt auf die Decke treiben, auf zum Wahnsinn? Also man kann es sehr gut illustrieren, gerade an diesem Beispiel. Man hat seit dem Ende der Blockkonfrontation ja den Globalismus bewusst vorangetrieben. Der ist ja nicht nur vom Himmel gefallen. Unter anderem mit dem Argument, wenn die Wirtschaft global vernetzt ist, dann werden keine Kriege mehr geführt. Ja, weil angeblich noch nie zwei Länder in deren Hauptstadt eine McDonalds-Filiale war, gegeneinander Krieg geführt hätten. Und jetzt zeigt sich, gerade anhand des Ukraine-Konflikts, man kann sehr wohl noch Kriege führen im Globalismus, nur die Wirtschaftssanktionen, mit denen dann zivilisierte Nationen auf den Krieg reagieren wollen, die sind eigentlich gar nicht mehr durchführbar. Es ist ja auch interessant, dass jetzt am letzten Mittwoch die Ukraine teilweise die Gasdurchleitung nach Europa gestoppt hat, aus den Gebieten Luhansk und Donetsk, weil die, also die Ukraine von sich aus, wir hatten uns immer gefragt, was passiert zuerst? Beenden wir zuerst den Gasbezug aus Russland oder schneiden die Russen uns ab und jetzt haben es die Ukrainer gemacht. Und es ist ja so, es ist freilich richtig, die Polen wie auch die Ukrainer haben von Anfang an gegen Nord Stream 2 protestiert, haben das als regelrechten Verrat der Deutschen an ihren Interessen angesehen und wollten immer, dass russisches Gas über ihr Territorium nach Deutschland geleitet wird. Und das natürlich aus zwei Motiven. Das erste ist vollkommen redlich und lautet eben, wenn das über unser Territorium geht, dann können die Russen uns nicht das Gas abdrehen, jedenfalls solange sie nicht auch den Deutschen das Gas abdrehen wollen und das werden sie nicht machen wollen, denn sie brauchen ja unbedingt die Devisen. Die zweite Devise ist allerdings die, dass die Polen und Ukraine sich wohl durchaus auch gesagt haben, wenn wir in irgendeiner Zukunft einmal Probleme mit den Deutschen haben sollten, welcher Art auch immer, dann ist es ein Vorteil, wenn wir die Möglichkeit haben, denen das Gas das notfalls abdrehen zu können. Also wir sehen, nicht nur die Russen, sondern auch durchaus andere Nationen sind notfalls bereit, ihre nationalen Interessen auch auf Kosten anderer Nationen realisieren zu wollen. Und durch diese Verringerung der Durchleitung in der Ukraine haben wir jetzt, aber jetzt werde ich beinahe ein bisschen politisch unkirkt, haben wir jetzt beinahe die Situation, wo man sagen könnte, Menschenskind, gerade für diesen Fall haben wir ja für 11 Milliarden Euro die Nord Stream 2 Pipeline gebaut, die aber eben nicht eingesetzt werden darf, haben die Amerikaner ja gesagt. Na gut, Ihre Argumentation hat eine Schwäche, nämlich wer da wirklich den Gashahn abgedreht hat, wissen wir nicht. Es ist halt in dieser Region im Augenblick ein schwerer Artillerieüberfall und da gibt es auch Gründe, dass jemand sagt, wir können da nicht mehr hin und das regeln. Aber klar, natürlich verfolgen Völker und verfolgen Nationen ihre eigenen Interessen. Nun ist es aber so, glaube ich, eines sollte man schon sehen, erinnern Sie sich bitte an die Ost-West-Konfrontation, dass sich allein in Deutschland 600.000 russische Soldaten in der DDR und 500.000 amerikanische auf dem Gebiet der damaligen Bundesrepublik gegenüberstanden und beide mit Atomwaffen ausgestattet. Und wie kommt man da raus? Und da war der Versuch der wirtschaftlichen Kooperation einen Weg zu finden, um diesen machtpolitischen Gegensatz aufzulösen und so verkehrt, muss man ja sagen, war es ja nicht. Ja, das ist gut gegangen. Das war ja auch die Argumentation für Nord Stream. Es hat ja auch, Nord Stream ist ja da eine lächerliche Petitesse, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern es hat ja dazu geführt, dass dieser Ost-West-Konflikt, der zunächst einmal für 30 Jahre auch aufgelöst werden konnte und hinter uns liegen seit 1988 über 30 Jahre wirklich erfreuliche Entwicklung durch den Abbau von Konfrontation, die ist jetzt wieder da. Und jetzt muss man Wege finden, wie man diese Konfrontation, Konfrontation wieder auflöst. Die ist natürlich da, diese Konfrontation. Sie ist machtpolitisch, sie ist mörderisch und sie ist brutal. Und deswegen finde ich Frau Baerbock so, Entschuldigung, bescheuert mit zwei Sätzen. Sie hat gesagt, wir wollen jetzt Russland wirtschaftlich zu schäden, dass die jahrzehntelange nicht mehr auf die eigenen Beine kommen. Ein Satz von einer Außenministerin, der ist Wahnsinn. Wir führen vielleicht Krieg gegen Putin, aber wir führen nicht Krieg gegen Russland. Wir führen Krieg gegen eine Diktatur, aber nicht gegen das Volk der Russen. Und wenn es sich irgendwann dieser Krieg dem Ende entgegnet, werden wir mit Russland und den Menschenleuten wieder zurechtkommen müssen, denn man kann Russland nicht von der Landkarte entfernen. Und dieser jüngste Satz von mir, nie mehr was von Russland kaufen, ist genauso dumm. Denn wenn wir uns vorstellen, der Krieg wird irgendwann irgendwie zu Ende gehen, dann wären wir ja geradezu dumm und bescheuert, wenn wir mit Russland nicht wieder Handel trieben und versuchen wollten, auf einen guten Konsens zu kommen. Also da regt mich diese infantile Außenministerin wahnsinnig auf, weil sie mit einem hohen Ton der moralischen Empörung mehr zerschlägt, als ohnehin schon zerschlagen ist. Wir haben plötzlich wieder in Europa Krieg, wir haben wieder eine Blockkonfrontation, wir schicken Waffen in alle möglichen Richtungen hin und her. Und da müsste man eigentlich versuchen, für die Zukunft wenigstens nochmal Brücken zu bauen und nicht sich schon im Vorderrein im Entwurfsstadium zu zerstören. Also ich halte diese Außenministerin für geradezu gemeingefährlich. Milena. Und nicht nur sie, die FDP bläst ja ins gleiche Horn. Ja, Fraktionsvizee Köhler hat gesagt, wir wollen schnellstmöglich die Voraussetzungen für ein vollständiges Ende der wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland schaffen. Ja, und jetzt muss man mal gucken, da geht es ja nicht nur um Energie. Deutschland importiert ja jede Menge Rohstoffe aus Russland. Ja, zum Beispiel mehr als 40 Prozent des importierten Nickels oder Titans kommen aus Russland. Bei Eisenerz ist es fast ein Viertel. Wem schadet man damit? Und natürlich, wir reden noch vom Ölboykott und vom Gasboykott. Wem schadet man? Schadet man den Russen? Vielleicht schadet man den Deutschen? Ganz sicher. Ja, die Wirtschaft schreit ja auch schon, aber wird nicht gehört. Und die normalen Menschen, ja, wie sollen die denn im nächsten Winter ihre Heizung bezahlen? Sollen die jetzt alle irgendwie vom Staat abhängig sein? Warum? Man muss sich doch mal fragen, ja gut, das hätte man sich doch denken können, wenn man Ölboykott macht, wenn man diese ganzen Wirtschaftsbeziehungen einfriert. Das kann man sich doch denken. Also ich war jedenfalls nicht überrascht, dass es der Wirtschaft dann schlechter geht und das alles teurer wird. Und da muss man sich doch fragen, soll es den Deutschen so schlecht gehen wie jetzt gerade den Ukrainern? Warum? Sind wir im Krieg? Habeck, also der Wirtschaftsminister Habeck warnt ja schon vor regionalen Ölengpässen in Deutschland. Das sind doch absurde Zustände, die wir hier haben. So, jetzt nochmal Roland Tichy. Entschuldigung, wir haben hier einen Krieg, den haben wir uns ja nicht gewünscht, den haben wir uns auch nicht erfunden, sondern der ist jetzt da. Ist das unser Krieg? Vielleicht, vielleicht muss man in dieser Situation dann auch sagen, da gibt es bestimmte Konsequenzen, was mich an Frau Baerbock stört, dass sie für die Zukunft etwas ausschließt, was man nicht ausschließen soll. Also die Frage, ob man jetzt einen Boykott zeitlich befristet macht, bis der Krieg zu Ende ist, oder ob man ihn für immer macht, das ist der entscheidende Unterschied. Und da bin ich der Meinung, dass Frau Baerbock gemeingefällig ist. Aber warum soll man es denn jetzt machen? Also Corona hat die Wirtschaft doch schon arg. in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt kommen wir damit mit irgendwelchen Sanktionen oder Boykotten von Öl, was uns schon wieder schadet. Ich meine, Klaus von Donani hat ja richtig gesagt, dass Sanktionen niemals etwas politisch erreicht haben. Nicht im Irak, nicht im Iran, in Libyen nicht. Unser Herr Donani hat ja auch den historischen Weitblick einer knienden Ameise, wenn ich das mal sagen darf. Bei militärischen Konflikten ist es eben auch so, dass Sanktionen eben schon wirken. Deutschland im Dritten Reich hat erheblich unter den Sanktionen gelitten. Aber politisch ändert es doch nicht. Auch politisch ändert es etwas... Okay, jetzt müssen wir es strukturieren, der Reihe nach. Also Milena Preradovic, bitte. Okay, tatsächlich geht es ja darum, ob diese Sanktionen politisch etwas bewirken. Dass sie dort die Menschen betreffen, das ist ohne Zweifel so. Aber ein politisches Umdenken haben Sanktionen halt noch nirgendwo gebracht. Sanktionen zeigen nur, dass man selber irgendetwas tut. Also es ist im Grunde eine Rechtfertigung vor den eigenen Leuten. Aber natürlich, wenn Sanktionen einen selber dann so betreffen, dann muss ich sagen, dann geht der Irrsinn ins komplett Absurde. Okay, verstanden. Roland Tichy nochmal? Natürlich sind Sanktionen wirkungsvoll. Und sie waren in der Geschichte auch immer wirkungsvoll. Jede Kontinentalsperre durch die Großbritannien schon in den napoleonischen Kriegen war wirkungsvoll. Und sie entscheidet trotzdem keinen Krieg. Aber Krieg ist auch immer ein Krieg um Ressourcen und mit Ressourcen. Also jetzt so zu tun, zu sagen, auch Sanktionen wirken gar nicht, ist natürlich auch ein bisschen nerv. Sie schaden auf uns selbst. Vielleicht muss man das im Augenblick in Kauf nehmen, weiß ich nicht. Nochmal, ich halte die Frage entscheidend. Und darüber sollte man sprechen, ist eine Außenministerin mit konkreten politischen Aussagen, die verlangen, dass Russland von der Landkarte verschwindet, vernünftig oder nicht. Und ich sage, nein, sie ist nicht vernünftig. Ulrich Vosgerau. Ja, erstens, was die Zukunft angeht, sind wir uns ja erfreulicherweise, glaube ich, alle einig. Wir werden auch in der Zukunft immer noch auf russische Energie und russische Rohstoffe angewiesen sein. Insbesondere auf diejenigen Rohstoffe, die unter dem Nordpol liegen, der in wenigen Jahrzehnten eisfrei sein wird. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, diese Rohstoffe für unsere Zwecke nutzbar machen zu können, in Kooperation mit Russland, dann wird das nur das Ergebnis haben, dass die Chinesen dann darauf Zugriff nehmen und wir keinen Zugriff haben. Was die Gegenwart betrifft, sind wir uns offenbar nicht ganz so einig. Also bei den Sanktionen, die ja bereits seit 2014, seit der Annexion der Krim stattgefunden haben, war von Anfang an meines Erachtens ein bisschen das Problem, dass die US-Amerikaner praktisch überhaupt kein Russland-Geschäft gehabt haben. Die haben ihr eigenes Öl durch Fracking und ihr eigenes Gas. Und dass sie uns aber gezwungen haben, scharfe Russland-Sanktionen aufzunehmen, die unserer Wirtschaft teilweise massiv geschadet haben. Die Amerikaner hatten den Schaden nicht. Und zweitens, was meines Erachtens doch zu wenig reflektiert wird, ist eben das Problem, dass wenn wir von russischem Erdgas und russischem Erdöl derzeit abhängig sind, oder sind wir derzeit, natürlich wegen der unseligen Eigenpolitik, wegen dieser beschissenen Energiewende, wo man erst gesagt hat, die Energie wird mit Windrädern gemacht, wo jeder weiß, das geht gar nicht. Damit kann man die Spannung und die Taktung im Netz gar nicht aufrechthalten. Und da wurde es unter der Hand gewandelt. Da hat man gesagt, wir bauen einfach 60 neue Gaskraftwerke und das Gas kommt durch Nord Stream 2. Dadurch sind wir natürlich in diese Abhängigkeit gekommen. Aber wir sind nun mal in ihr drin. Und wir können jetzt nicht unsererseits anfangen zu denken, wie die Grünen, die immer denken, alles Wirkliche, alles Real ist nur Konstruktion. Das können wir dekonstruieren und können etwas anderes konstruieren. Und ewiges Gesetz ist nur unsere Moral. Wenn wir vom Gas abhängig sind, das Gas ist nicht nur Energielieferant, es ist auch Rohstoff. Ja, auch als Rohstoff ist es benötigt. Für unsere Kunststoffindustrie unter anderem, auch das Erdöl. Also unsere Industrie kann zusammenbrechen, wenn wir wirklich auf einen Boykott hinaus wollten oder wenn die Russen wirklich, was sie derzeit wohl gar nicht wollen, das sonst abdrehen würden. Und wir müssen einfach diese Abhängigkeit stärker reflektieren. Ich bin sehr dafür, der Ukraine zu helfen, Waffen zu liefern. Ich bin sehr dafür, russische Soldaten in der Ukraine totzuschießen. Aber wenn wir vom russischen Abhängig sind, dann ist es Problem zu sagen, wir drehen das jetzt einseitig ab. Das ist keine national kluge Politik. Milena, sag was. Ja, also da möchte ich doch mal dazwischen grätschen. Also ich hoffe, die sind nicht wirklich dafür, dass dort mit deutschen Waffen Menschen getötet werden. Aber ich muss nur einmal, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, das stimmt nicht ganz, dass die USA keine Energie aus Russland bekommen haben. Also 21 war Russland der drittgrößte Öllieferant der USA bis zum März diesen Jahres. Ja, aber da führen die Sanktionen dann nur dazu, dass amerikanische Anbieter stattdessen liefern. Das heißt, die schaden sich selber nicht. Die deutsche Wirtschaft musste auf Exporte verzichten, ziemlich massiv. Und in den USA wurde nur umgestellt. Das Geld wird nicht nach Russland gezahlt, sondern das Geld wird jetzt an amerikanische Anbieter zum Beispiel gezahlt, die Fracking machen. Also die leiden nicht, die haben keine Einschränkung im Sinne. Aber die Frage ist doch eine andere. Wir könnten ja darüber nachdenken, wie wir zum Beispiel diese Abhängigkeit reduzieren. Und der Glaube an reine LNG-Terminals ist ja ein bisschen naiv, weil Kata nicht so nett ist, uns das dort zu schenken. Wir hätten ja ein paar andere Möglichkeiten. Wir könnten Kernkraftwerke länger laufen lassen. Wir könnten auch in Deutschland Fracking. Wir könnten Erdgasbohrungen in Niedersachsen wieder anfangen. Wir könnten die Braunkohle wieder verlängern. Wir könnten vielleicht sogar wieder Steinkohle fördern. Das wären alles Möglichkeiten, wie man zumindest temporär, ob es dann in fünf Jahren oder zehn Jahren noch sinnvoll ist, müsste man ja entscheiden, wie man temporär ein Problem umgeht. Und was ich dieser Bundesregierung vorwerfe, dass sie dem tatsächlichen oder zukünftigen oder vor wem auch immer ausgehenden Boykott so hilflos entgegenschaut. Sie tut das nicht, was man in so einer Sache eigentlich machen müsste, nämlich sich Alternativen zu schaffen. Und das, was ich jetzt gerade so kurz aufgezählt habe, wären Alternativen dazu oder Teillösungen. Nie die ganze Lösung, nie die beste Lösung. Aber es wären Teillösungen. Aber das wird alles ausgeschlossen, weil man der Ideologie folgt, Windräder sollen die Welt retten. Absolut einverstanden, aber das dauert zehn Jahre. Deswegen will ich ja, die Windräder dauern tausend Jahre und sind immer noch nicht fertig. Und deswegen muss man ja nicht immer auf die schimpfen, die irgendetwas tun, egal ob es die Ukrainer oder Russen sind, sondern man sollte auf die schauen, die nichts tun. Das ist die eigene Regierung. Diese Regierung schafft Ruinen ganz ohne Waffen. Sehr gut. Also wir haben es gemerkt, der Ukraine-Krieg lässt die Emotionen auch in unserem Kreis hochgehen. Wir sind unentschieden, ob die Sanktionen mehr ein Moralsignal sind oder ob sie tatsächlich auch kriegsentscheidend sein können. Immerhin können wir miteinander reden und diese Positionen beide zu Gehör bringen. Das ist schon sensationell in deutschen Medien heutzutage. Wir lassen auch die Frage, ob Finnland und Schweden sofort in die NATO eintreten sollen, mal außen vor. und ich würde sagen, das war die Sonntagsdiskussion im Kontrafunk, die Stimme der Vernunft am 15. Mai 2022. Danke Milena Preradovic, Roland Tichy und Ulrich Vosgerau. Danke, liebe Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Übrigens, wenn Sie Firmeninhaber sind und Werbung in unserem künftigen Radio buchen wollen, dann können Sie schon jetzt mit uns Kontakt aufnehmen. Schicken Sie dann bitte eine E-Mail an werbung-at-kontrafunk.radio Dann können Sie vom Sendestart im Sommer an dabei sein. So, am Donnerstag gibt es hier die nächste Ausgabe und jetzt wünsche ich allen eine gute Zeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,